Herzlich willkommen zu unserem Asset Servicing Quarterly. Und wie Sie wissen, ist im ersten Quartal des neuen Jahres natürlich immer die Kernbotschaft, was waren so die wesentlichen Kennzahlen zum Jahresende, was ist passiert. Ich habe heute zwei Themen mitgebracht. Auf dem Asset Servicing und muss sagen, bin mega stolz, dass wir unseren Wachstumspfad fortsetzen konnten. Wir sind im letzten Jahr von 196 Milliarden Assets im Asset Servicing auf 225 Milliarden gewachsen, 30 Milliarden dazugelegt und das aus meiner Sicht umso bemerkenswerter, als wir durchaus auf der liquiden Seite mit dem Markt knapp 10 Prozent an Volumen verloren haben, aber eben dafür auf der Sachwerteseite insgesamt knapp 35, 36 Milliarden zulegen konnten. Und das zeigt einfach wirklich unsere Stärke im Bereich der Real Assets. Wichtig in dem Zusammenhang für Sie als Kunden, als Interessenten unsererseits, aber auch für unsere Teams intern, wir haben dieses Wachstum natürlich auch durch ein weiteres Wachstum auf der Personalseite unterstützt. Also sind im Laufe des letzten Jahres knapp 80 Kolleginnen und Kollegen neu dazugestoßen an den Standorten in Deutschland und aber auch in Luxemburg, wo der Großteil des Wachstums stattgefunden hat. Ja, das zweite Thema für heute sind die Ergebnisse aus unserer Kundenbefragung, die wir im dritten Quartal letzten Jahres durchgeführt haben. Wir haben dabei Kunden der Gesamtbank Hauck-Aufhäuser-Lampe, Privatbank AG befragt, nach der Zufriedenheit mit ihrer Betreuung, nach der Zufriedenheit mit den Produkten und den Dienstleistungen. Und ich glaube, wenn man in dem Sinne in unser Geschäftsfeld in Assetservicing reinschaut, dann gibt es natürlich immer Themen, die nicht optimal laufen. Und deshalb war für uns diese Befragung so, so wichtig, weil unser Anspruch ist es eigentlich, wenn mal etwas nicht optimal klappt, dass wir das dann so schnell wie möglich auch wirklich bereinigen. In dem Sinne bin ich sehr, sehr happy, wenn ich in die Ergebnisse reinschaue und feststelle, dass die Befragten zu knapp 90 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden sind mit der Betreuung durch unsere Teams. Mehr als 50 Prozent sind sehr zufrieden. Also für mich wirklich eine hohe Auszeichnung, was die Betreuung durch die Teams im Assetservicing angeht. Auf der Produktionsseite, bei den einzelnen Dienstleistungen, die Sie in Anspruch nehmen, also bei Themen wie der Fondsbuchhaltung, bei dem Risikomanagement, beim Portfolio Management oder auch bei Corporate Services, muss ich sagen, auch da, wenn ich reinschaue, im Schnitt haben wir 90 Prozent oder mehr von Ihnen, von den Befragten, die sehr zufrieden oder zufrieden sind. Und natürlich ist das auch der Ansporn, ich sage mal, auch die letzten knapp zehn Prozent noch zu knacken und hier durchgehend zufrieden bis sehr zufrieden zu erreichen. Aber in Summe, glaube ich, ist das schon ein sehr gutes Ergebnis. Der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte, sind unsere Zusatz-Services. Wir haben in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, Ihnen neben unseren Kerndienstleistungen auch immer mehr Zusatzdienstleistungen anbieten zu können. Dazu gehören Themen wie die Handelskapazitäten für die Vermögensverwalter, das ganze Thema Vertriebsunterstützung, was wirklich ein Kernelement unseres Hauses ist. Interessant aber auch das neue Thema ESG-Dienstleistungen rund um ESG, ESG-Trainings, ESG-Reportings, ESG-Unterstützung bei der Auflage neuer Fonds oder auch ein Thema wie Bridge-Financing, was wir unseren Kunden auf der illiquiden Seite im Bereich Immobilien, Private Equity und anderen anbieten. Also summa summarum, für mich ein gutes Ergebnis, ein guter Spiegel, gutes Feedback, was Sie uns gegeben haben. Für uns nichtsdestotrotz Anspruch und Ansporn weiter an der Servicequalität zu arbeiten, weil wenn Sie zufrieden sind, bin ich und sind wir am Ende des Tages auch sehr zufrieden. Deshalb vielen Dank dafür.